Die neue Woche startet bewölkt, aber trocken. In den Morgenstunden kann es in der Region außerdem neblig sein. Im Laufe des Vormittags steigen die Temperaturen auf maximal drei Grad an, die Wolkendecke bleibt dabei den gesamten Tag über bestehen. Abends kühlt es auf Tiefstwerte von 0 Grad ab. Nachts bleibt es bewölkt, das Thermometer fällt auf bis zu minus 4 Grad. Am Dienstag ladt der Himmel auf. Den ganzen Tag über ist Sonnenschein zu erwarten. Dafür wird es kalt. Die Tiefstwerte liegen bei minus 4 Grad. Die Höchstwerte von 2 Grad werden am Mittag erreicht. Am Mittwoch und am Donnerstag sieht es ähnlich aus. Die Sonne zeugt sich tagsüber fast dauerhaft. Das Thermometer schwankt zwischen einem und minus 5 Grad, beziehungsweise 4 und minus 6 Grad.